Ich nehme euch heute mit auf eine der beliebtesten, aber auch anspruchsvollsten Wanderungen in den Vogesen. Und zwar geht es über den Felsenpfad oder auf Französisch Sentier de Roche. Unterhalb des Vogesenkamps entlang. Der Weg ist ungefähr 200 Kilometer lang, startet am Koldeller Schlucht und dann geht es über schmale Felsenbänder, teilweise mit Geländern und Drahtseilen, versichert an den Felswänden entlang. Und anschließend steigen wir steil bergauf auf den Vogesenkamp hoch und von dort aus dann zurück zum Parkplatz. Der Weg ist relativ exponiert, also man braucht auf jeden Fall Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Und wenn euch der Weg interessiert und ihr weitere Eindrücke bekommen wollt, dann schaut gerne weiter. Viel Spaß! Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020